Musik Ja, moin ihr Lieben, Antienügung Nummer 13. Ja, tolle Sache, ne? Soll ich näher kommen? Nö? Dann würde ich auch sagen, ne? Ist ja ekelhaft, wer weiß, was der vorhat. Nein, passt auf. So, eine kurze Ankündigung, die Nummer 13, weil wir waren ja jetzt längere Zeit, habe ich ja nichts von mir hören lassen. Ihr habt mitgekriegt, dass wir im Januar einiges gemacht haben und nach unserer Weihnachtspause, wir haben jetzt gemacht Eurotruck Simulator, Singleplayer. Es soll gemacht werden Eurotruck Multiplayer, auch mal wieder ein Konvoi mit der Firma TBL ist geplant. Bei der Firma TBL bin ich mittlerweile beim Landwirtschaftssimulator. Da habt ihr bestimmt ja auch schon einige Folgen gesehen. Ja, haben wir jetzt wirklich dieses Jahr schon was Neues gemacht? Ja, wir sind ja auf eine neue Map gegangen beim Landwirtschaftssimulator. Was haben wir noch gemacht? Ja, da kommt jetzt noch so ein bisschen was zu. Genau, um sie bin ich gerade aktuell bei. Weil da habe ich mich so ein bisschen vorgestreut, weil dieses Spiel immer sehr gerne abschmerzt und ein bisschen Schwierigkeiten macht. Und ich mich dann immer so aufregen muss und dann kocht mir immer das Blut. Nein, das ist alles gut. Ähm, was haben wir noch? Ja, Neuigkeiten. Neuigkeiten. Hier, ihr wollt Neuigkeiten wissen. Hehehehe. Nein. Doch? Okay, ist in Ordnung. Folgendes. Ich habe mit VES Games gesprochen, mit unserem André. Vermutlich kommt Mitte Mai oder Anfang Mai. Vermutlich. Ist noch nicht ganz sicherlich, nur so ein bisschen an Rondomedia etc. Flughafenfeuerwehr 2015 auf dem Markt. Das werde ich spielen, bevor es auf den Markt kommt. Und Jeans Dinner wird ein Gruselspiel, so ähnlich wie damals Pine U Drive. Ich lasse mich überraschen. Ich weiß noch gar nichts über dieses Spiel. Ich weiß nur, dass das irgendwo in einem Schnellrestaurant oder weiß der Geier irgendwo spielt. Aber was da jetzt genau abgeht, kann ich euch nicht sagen. Ja, und dann werden wir uns einfach mal überraschen lassen, was wir so an neuen Spielen reinkriegen. Ich habe mir gedacht, dass man vielleicht auch mal Happy Wheels spielt. Obwohl man da mal Arme und Hände und Füße und alles verlieren kann. Aber da müssen wir dann mal mit leben. Ja, im Großen und Ganzen war es das soweit. Ich werde mich dann nochmal ein bisschen mit Omsi beschäftigen. Ich werde mich mit Landwirtschaftssimulator beschäftigen. Und ich werde mich mit... Sollte noch irgendwie Bedarf bestehen an Spielen, die ich schon angefangen habe, dann müsst ihr mir das schreiben oder unter die Kommentare schreiben. Weil es sind noch einige Spiele vorhanden. Es ist noch Borderlands vorhanden. Es ist noch Chips Simulator. Also die Seenotretter vorhanden. Es ist noch vieles vorhanden. Borderlands, ja, ich sage immer, ich spiele das weiter. Ich mache es eigentlich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, Geo. Dich, dich, dich. Okay. Liegt einfach daran, dass die Klickzahlen da nicht so riesig sind. Okay. Ja, da müssen wir mal gucken. Ja, haben wir sonst noch irgendwas aufzuverkünden? Ja, es wird Zeit, dass wir Frühling kriegen. Ich habe keinen Bock mehr auf das Wetter. Ich bin angepasst. Ja, da wollen wir einfach mal schauen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns. Das, ihr wisst ja, in den nächsten Folgen. Und wenn ihr was habt, ihr wisst ja, wie ihr mich erreichen könnt. Einfach E-Mail schreiben und so. Ne? Wollte ich jetzt noch irgendwas sagen? Ist das nur weg? Ich weiß es nicht. Ganz einfach. Ich kriege Plack, ey. Gut, ihr Lieben. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und ich danke nochmal für alle Klicks und Daumen hoch. Und gerade die Abos sind im Moment bei 48. Oh, würde man so sagen. Das ist aber gar nicht viel. Ne, ist es auch nicht. Weil das kommt noch mit der Zeit. Und ich sage mal, ich mache das ja nun aus Jux und Talerei. Und die anderen großen YouTuber wollen ja Geld verdienen. Mir geht es ja nicht ums Geld. Mir geht es um Spaß, um Gaudi. Dass ihr was zu lachen habt. Und ich auch. Ja, viel passiert jetzt auch neuerdings mit Facecam. Habt ihr schon mitgekriegt? Ja, auf vielfachen Wunsch. Ja, und dann schauen wir mal einfach, wie es weitergeht. Und drückt mir die Daumen. Und ihr wisst ja, schön Werbung machen für meinen Kanal, wenn ihr das wollt. Oder auch schön Daumen nach oben und so. Und ich freue mich natürlich über jeden Abo. Und ich freue mich natürlich auch immer über eure Feedbacks. Weil da kann ich dann am meisten mit anfangen. Und kann auch mit am meisten handeln. Okay, ihr Lieben. Dann sage ich mal Tschüss. Und ich will euch auch nicht voll quatschen. Hier so. Alles klar dann. Wir hören uns. All klar. Muntablau.